Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evil Genius, dem Spiel, wo wir die Weltherrschaft an uns reißen und alle Menschen auf dieser Erde zu Brillorianern verwandeln werden. Sorry, das musste sein. Ah, ich heiße dich auf jeden Fall herzlich willkommen und wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Falls du den hast, kannst du meinen Kanal ganz, ganz toll unterstützen, indem du einfach nur eine Bewertung da lässt oder hallo oder irgendwas am besten sogar noch auf Spielbezug als Kommentar da lässt. Das wäre so irregeil. So, in der letzten Folge, nicht in der nächsten, haben wir hier mit der Wächterkönig erst angefangen. Wir müssen jetzt noch zwei Wächtertrainer bauen. Das machen wir auch mal eben. Wenn die gebaut sind, sagt er uns garantiert, wie viele wir brauchen, also wie viele wir einstellen sollen als Standard-Einstellung. Wer chillt hier die ganze Zeit, ey? Wie lange sitzt er schon in diesem Chair? Das gibt's nicht. Ja, endlich kommt auch mal die zweite hier. Also wirklich. So, öffne das Schergentraining-Menü. Ja. Ja. Vier Guards. Alles klar. Oh, da trainieren sie. Was haben wir denn hier für welche? Er füttert Vögel. Ja, toll. Sie tote Menschen. Und was hat der andere? Damit Briefmarken. Viele, viele Briefmarken. Aber lange bevor er in eine Pause eingelegt wird. Ich würde am liebsten, weil manche haben halt auch Perks wie Schlägt zu und so hier. Wo haben wir den denn? Einhorn-Sammler. Lul. Das war doch irgendeine Frau. Globe-Trotter. Gern viel aus. Football-Fan. Heuschnupfen. Keine Ahnung, die finde ich jetzt garantiert nicht. Aber vielleicht, wartet mal. Vielleicht haben wir hier Schergen-Manager. Und hier, guck mal. Ja, toll. Jetzt ist der Typ mir eben im Weg. Hier. Starker rechter Haken. Und 80er Kuschel-Rocker. Kann ich dem irgendwie sagen, er soll... Kampf, Wissenschaft, Täuschung. Kampf. Machen wir ein Kampf-Training. Obwohl, ne? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht geht er dadurch trainieren und geht zum Dingsschergen. Wir werden es sehen. Wenn da ist, dann hätte er einen Perk, das er noch heftiger zuhaut. So, ein Plan wurde abgeschlossen. Muhahaha. Ja. Bald werden die reich sein. Hier nochmal 20.000, das ist mir zu viel. Machen wir mal hier 10.000 nochmal, ja. Zack. Wir entsinnten unsere Arbeiter und gehen zurück in unseren Leer. Können wir neue Leute beantragen? Nein. Wir haben nicht genug Spindel. Verdammt. Aber die sind doch mal weg, wenn man die losschickt. Ich verstehe gar nicht. Ach, naja, egal. Wir haben theoretisch genug Arbeiter, ne? Das passt schon. So, wie läuft unsere Forschung? Wir forschen ja gerade auf Schergen. Irgendwas. Und hier hätten wir noch was. Robustere Tür. Lasertür. Und so Sachen. Das ist schon nice. Versorgt den Unterschlupf mit Notstrom, falls es Probleme mit Generatoren gibt. Auch sehr gut. Globale Aktivitäten. Was ist das? Dieser Computer Terminal generiert Berichte, während Schergen an ihm arbeiten. Berichte sind für deine Welterschaftspläne von großer Bedeutung. Okay. Das habe ich aber, denke ich, schon, ne? Oh, ne, gerade wird was anderes erforscht. Okay, deswegen gegen das nicht. Alles klar. Ich denke mal, wir müssen jetzt warten, bis die Wächter trainiert sind. Oh, ein bisschen Turbo. Ist auch cool, dass der Sound, ne? Super cool. Da, wieder ein neuer Kämpfer. Ah, wunderschön. Dann können wir auch gleich so Wächterposten aufstellen. Machen wir einen natürlich direkt am Anfang. Und? Kini ist schneller. Ah, alles klar. Platziere zwei Wachposten. Das ist für den Gang. Ja. Machen wir hier direkt zwei, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Dann sind da direkt zwei und acht. Alles klar, alles bestätigen. Yes, sir. We will cover the floor with blood. Weil Ivan sagt das. Ivan ist der starke Große mit der eisernen Faust. Und er sagt, ey, macht schneller, sonst geht's aufs Schnürze. Und es ist gar keiner da, der ihm zuhört, der Arme. Tut mir gerade irgendwie leid, der Bro. Aber machst du nichts. Der hat halt einen Raketenwerfer, ne? Ich hätte auch andere nehmen können. Aber ich glaube, Ivan ist sehr wenig vertreten. Und ich hoffe, dass ihr alle Ivan mögt. Und nur deswegen einschaltet. Ist klar. New optional objective available. Super, wunderschön. Schließe drei Pläne ab. Haben wir gemacht. Schließe ein Forschungsprojekt ab. Da sind wir bei. Okay. Heuere sechs weitere Scherben an. Okay. Ja, können wir gerade nicht. Sagt er. Oh doch, wir können. Aber Autoanstellung. Okay. Äh, fordert. Hä? Stellt der automatisch Leute ein? Naja. Wo bleiben meine Schergen? Da kommen sie. Mit dem Aufbau Blastern. Krasse Teile, ne? Portalguns. 2.0. Hier ist Feueralarm. Beziehungsweise Alarm. Man kann dann hier halt auf dem Button, der durch mein Gesicht ver... Äh, Dings. Das ist halt ein rotes... Warnschild, so gesehen. Kann man draufklicken und dann einen roten Alarm auslösen. Und dann sind alle... Ein großer Aufruf. Incoming Agents, my friends. Ja, dann wollen wir mal gucken. Komm mal rein, mein Freund. Moment. So, wo sind meine Wächter hier? Was ist die los? Achso, während eines Großalarms. Ja. Verstehe. Ja, wo kommt er denn? Ich denke mal, der kommt dann mit dem nächsten Boot hier an, oder? Da, da kommt's. Die müssten eigentlich da drüber anlegen. Ich glaub nicht, dass die hier drüber ankommen. Oder über den Helipad. So, dann geht der gleich in unser komplett leeres Casino. Wo ist er denn? Mach schneller. Andocken. Okay. Den können wir jetzt anwählen, um zu sehen, weil wir wissen, dass es ein Agent ist. Und, zack. Ich muss ja jetzt nicht roten Alarm anmachen. Oder doch. Okay. Alarm. Alarm. Ah, wunderschön. Da kommt er. Was haben wir denn bei denen so? Alice Charles. Kombinierte Mächte. Okay. Kompetenz dürftig. Na, Iwan Schussel. Ja, perfekt. Genau, das brauchen wir. Wo sind meine Sicherheits... Sicherheits... La... Typen. Leute. Lass jetzt die armen Minions gegen die antreten. Wo ist Iwan? Halt. Stopp. Stopp. Ah, okay. Das ist schon K.O. Once you're finished dancing. Yeah. Taka, 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 taka. Ah. 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 Handgreiflichkeiten gehören zu den Berufsrisiken deiner Wächter und können deren Gesundheit reduzieren. Ein kurzer Aufenthalt in deiner Krankenstation bringt das geladierte Personal wieder auf Vordermann. Ja, das heißt wohl, wir sollen jetzt eine Krankenstation bauen. Na gut. Dann, äh, ich denke mal eine Krankenstation. Ist gar nicht so schlimm, wenn wir die hier vorne vielleicht hinklatschen. So, einfach. Und dann... Wie viele soll ich sagen? Eine. Okay. Erstmal eine. Passt. Ich hoffe, das spornt die Vorschau auch überhaupt an. Und, äh, gehen wir hier in die Wand. Ja, die Wächter, die war ja jetzt nicht so schlau, ne? Kann ich eigentlich, wartet mal. Wenn ich hier auf Gang gehe, Gegenstände, Wächterposten, hier kann ich keinen reinbauen, ne? Ne. Ich bin mal gespannt, ob ich da dann überhaupt irgendwas reinbauen kann oder ob da nur die Sachen sind, die da sind. Ob man darüber dann auch vielleicht ein bisschen Kohle nebenbei noch verdienen kann, ich denke mal, ne? Äh, wir wollen nicht mehr Bau-Modus. Ah ja, consider running some schemes. Ja, hier könnten wir nochmal einen 10.000 Dollar Run machen. Schau mal, wie viel haben wir jetzt hier? 22.000, 50.000 wird so viel. Ich weiß gar nicht genau, was passiert, wenn das auf 50.000 geht. So, und wir haben viel Geld, deswegen machen wir hier nochmal ein bisschen das Ding weg. Das dauert nur 10 Sekunden, danach können wir dann einen neuen Plan starten. Ah, komm hier. Wir holen uns mal 20.000. Watt soll der geil jetzt? Watt soll der geil jetzt? Können wir haben neue Leute? Ne, können wir nicht. Alles klar. Haben wir neues Geld, was wir einsammeln können? Äh, alles über Wächter. Nee. Alles klar. Ja, dann. Bringt mal diese Kapsel, bitte. Liebe, liebe, kleines Untertan. Minim. Ihr seid alle Teil der Republik. Wow, wow, wow. Forschung abgeschlossen. Erlaubt es, Meerschärgen ihre Ausrüstung im Lager zu verstauen, wodurch sich die Unterschriftkapazität erhöht. Ich kann nicht lesen, aber ist nicht schlimm. So, jetzt gucken wir mal, was wollen wir denn jetzt? Ich will Fallen eigentlich, ne? Ich will Hardcore Fallen haben. Dank dieser Falle kannst du deine Gegner im wahrsten Sinne des Wortes umpusten. Was ist das? Coole Genies stagten ihren Unterschrift mit dieser Falle auf. Die Gegner eiskalt erwischt. Aha. Kostet 10.000 Gold. Hi, du Witzker. Giftpfeil. Gut gepiekst, deshalb gewonnen. Diese versteckten Pfeile bringen deine Gegner ins Taubeln. Aber sei vorsichtig, es gibt nämlich kein Gegengift. Okay. Was ist das? Flipperbamper. Schubst deine Gegner in der Gegend herum. Macht aber ein fröhliches Geräusch. Muss in Kombination mit anderen Pfeilen verwendet werden. Alles klar. Was mache ich denn jetzt? Ich will irgendwas haben. Warte mal, was gibt es hier noch? Hier sind Türen und so. Der Computer wäre glaube ich aber auch nicht schlecht. Wenn wir da früh reinnehmen. Die können wir erst den Computer machen. Los, baut die Kapsel. Ja, fein. Nebenhandlung abgeschlossen. Gut gemacht. Deine Schergen können nur ein Gurkenbläser jeder Größenordnung aufkriegen und als Wächter trainiert werden. Belohnung abgeholt. Das sieht schon besser. Was schaffst du beim Bankdrücken? Die Größte. Okay. Nicht ganz was ich erwartet hatte. Wie viele Schusswunden braucht es um dich zu töten? Die Größte. Ist mit dir alles in Ordnung? Halt, ich will es gar nicht wissen. Du bist eingestellt. Eine ist abgehakt, zwei sind noch zu erledigen. Wähle eine neue Schergen Nebenhandlung vom Missionsscreen. Okay. Ja. Aber. First. First. We need a new generator, my friends. Am besten bauen wir direkt zwei, was wir gerade können. Okay. Alle bestätigen. Und dann gucken wir hier. Halt. Was ist hier neu? Schließt du fünf Pläne ab? Schließt du ein Forschungsprojekt ab? Ach, dreimal müssen wir das. Okay. Heuere sechs weitere Schergen an. Ja, okay. DINER Einführung. Techniker Einführung. DINER Was ist denn DINER Was ist denn DINER? Äh, ja, ich denke mal Wimmelt soll das heißen. Wimmelt. Zieh ihn etwas ordentliches an. Nenne sie DINER. Bring ihnen bei, wie man Koffer trägt und Roulette spielt und wie man dabei schummelt. Okay. Okay. Lass mal gucken, was beim anderen steht. Alles fällt auseinander. Deine Schergen tun ihr Bestes, aber bei ihren Reparaturversuchen machen sie nur noch mehr kaputt. Es ist höchste Zeit, einen Techniker zu finden. Techniker oder DINER? Ich glaube... Ich... Ich... Es ist vielleicht nicht schlau, aber ich will... Ich will DINER. Ich bin ein Bösewicht, hallo. Noch eine Agentengruppe? Wann kann man ein Genie mit krimineller Vergangenheit und exotischen Unterricht? Ich will den Unterschlupf nicht in Ruhe lassen. Das liegt vielleicht an den ganzen Hubschraubern. Da fragt man sich wohl, was wir hier draußen treiben. Deshalb habe ich diesen Standort gewählt. Er hat die perfekte Tarnfirma, auch wenn sie stillgelegt ist. Ich glaube, das ist das Problem, Boss. Es gibt nicht viele Leute, die Lust haben, etwas Stillgelegtes zu besuchen. Da hast du ausnahmsweise recht. Nun gut. Heure Personalamt, bilde es aus und bringe ihn bei, wie man Roulette schummelt. Beim Roulette schummelt. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. So, hier haben wir gerade eine Mission und hier auch. Oh Gott. Ähm. Hm. Ah, uns fehlt Sendeleistung. Wir müssen unseren Senderraum vergrößern. Dann könnten wir hier noch einen Bereich einnehmen. Wartet mal, können wir nicht eine neue Schergen? Ja, guck mal. Oh, wir könnten noch mehr. Ja. Oh. Ja. Ich verstehe das. Wartet mal kurz. Äh, Gegenstände. Da passt sie nicht noch hin, ne? Dann Raumtyp. Das. Und mach mal größer, bilde. So, reicht erst mal. So, dann musst du hier noch ein so ein Ding rein. Wie kostet das? 3000. Das können wir uns leisten. 5 Energie. Ich sehe glaube, meine Energie gar nicht. Minus 3 haben wir gerade, aber da wird auch ein Generator gebaut. Also, das passt. Dann können wir noch einen dritten Country einnehmen und noch mehr Geldticks pro Sekunde, pro 5 Sekunden verdienen. Neues Nebending. Ja, hä? Ja, ja. Ich weiß, dass da noch Nebenquests sind, Spiel dann. Ja, nicht doch viel. Ivan. Geh mal hier. Geh da hin. Sieh zu. Wo sind meine Forscher schon wieder hier? Was machst du da? Ja, guck sie die Wand an. Bro. Geh arbeiten. Du hast... Du hast noch genug Flughalt dafür. Ja, okay. Du musst echt was essen. Ach, guck mal. Wenn ich den anklicke, hier oben sieht man den Status. Sie zum Beispiel hat Hunger. Das sieht man hier. Und erhöhte Rüstung, weil ich in der Nähe war. Okay. Dort. Ein Schergi ist unterwegs. Gut, gut. Schön, schön. So, wir haben neue Energie. Wenn wir hier fertig sind, müssen wir auch... Oh, nee. Hier hatte ich ja das 30 Minuten Ding, ne? Oh, je. Vielleicht, vielleicht not so schlau. Aber wir müssen jetzt warten, bis das fertig ist. Oder wir... Können wir jetzt den nächsten? Ja. Äh... Ja, machen wir. Das war nämlich, glaube ich, auch eins der Anfangsgebiete. Dann schicken wir da jetzt einfach welche hin. Dann haben wir schon 60... Alle 5 Sekunden. Das ist gar nicht so... Bad. Was haben wir hier? Ja, das müssen wir auch machen. Ich weiß. Ich denke mal, in dem neuen Gebiet wird dann auch so ein Typ von Missionen am Start sein. Soll ich schon mal eure Personal an... Komm, wir geben richtig Geld aus jetzt. Wir kriegen ja Geld rein. Ich weiß gar nicht. Unsere Kampfschergen und unsere Wissenschaftlerkosten lohnen. Aber die anderen werden halt mit falschen Versprechungen gelockt. Von daher, das läuft. Machen wir mal ein bisschen Turbo hier, sonst haben wir nicht gleich ein Problem. Okay. A scheme has succeeded. Very nice. So, wenn ich das hier mache, kommt nochmal 10 drauf. Wie viel habe ich jetzt hier? 39. Sprich, dann hätte ich 49 von 50. Ah. Ich glaube, dann mache ich das erst. Das dauert eh nur 30 Sekunden. Dann warten wir mal, dass die Schergen das erlegen. Nio. Nio, habe ich gesagt. Schneller. Man kann halt echt die ganze Welt einnehmen. Ist so geil. Okay, da fliegen sie los. Dann macht das mal. Nio. Ach, die Fliege. Warum wurde jetzt die Research gepostet? Achso, ja, weil keiner dran steht. Ja, super. Hat er jetzt auch Hunger oder was? Jo. Du aber nicht mehr, ne? Ich sag's dir. Also wirklich, Elisabeth. Ach, es geht so nicht. Yay. Aber wisst ihr, ist die Quest aber gar nicht. Egal, wir kriegen 20 alle 5 Sekunden. Das ist sehr gut. Okay, und die kommen jetzt auch hier an. Jeden Moment sollten die jedenfalls losfliegen. Flieg los. Blamiert mich nicht, meine Schergen. So, das geht jetzt auch gut so. So, irgendjemand ist wieder am Research-Table. Das freut mich sehr. So. Nein, es war doch einer zu viel, oder was? Ach, kack. Shit. Und jetzt ist die... Wie lange ist das im Lockdown? Vier Minuten, ey. Scheiße. Ja, super. Ey, das hätte doch eigentlich gepasst. War 49, wäre da rausgekommen. Aber gut. War vielleicht dumm von mir. Keine Ahnung. Das ist schön, wenn der hier auch wäre, der Plan. Egal, holt mal Geld. Eine Schergen. Ja, super, ey. Folgend eine Sekunde, bevor der... Bip, fertig war. Hätte ich mal doch vorher den Dings gesenkt. Okay, da wissen wir es aber. Fürs nächste Mal ist gar kein Problem. Dann wissen wir Bescheid. Und diese 30 Minuten Dinger... Voll sinnfrei, wenn da an Dauer 10 Minuten Dinger aufpoppen. Klar, braucht man dann 3 Schergen wegen Negat. Theoretisch, um die gleiche Menge Geld zu kriegen. Aber man braucht halt 10 Mal so lange. Das muss man irgendwie, ne? Muss man dann schon abwegerisch unterwegs sein. So, was haben wir hier alles? Optional irgendwas Neues. Ah, das haben wir gut gemacht. Sehr schön. Ja, alles über Dina. Das wird bald erledigt sein. Wie lange ist das noch? 2 Minuten. Die brauchen noch... Weiß ich gar nicht, oder? Doch, 22 Minuten. Heidewitzka. Wieso habe ich das getan? Komm schon... 1 Minute... Äh... Ist sie blöd. Aber wie viel blöd. Wies dich schon. Geil. Gucken wir uns mal in unserer Base um. Was läuft denn hier? Wittige Vorhersteller. Ja, vernünftig. Sind auch alle an den Terminals. Ist auch gut. Wir können wir nach hinten dann noch strecken. Ist zwar nicht so mega schön, aber... Ich denke, das erfüllt seinen Zweck. Jetzt müssten Agenten halt zum Beispiel erstmal hier... Rein. Nein, da ist nur Ding. Die Heilungsstation. Hier ist ein Trainingscenter. Hier ist... Die Baracke und Küche. Und dann kommen erst die relevanten Räume. Deswegen... Ist das glaube ich ganz okay. Okay, wir können wieder. Wir können wieder. Starte Plan. Steht hin. Go. Do it. Do your thing. Okay, hier ist der Plan auch fertig. Wir haben 19 Arc-Wohnen. Alter, 50.000 für 35.000. Das lohnt sich dann schon wieder mehr. Aber hier würde ich tatsächlich nochmal 3 hinschocken. Das ist jetzt auf 19. Wehe, das ist gleich nicht mehr auf 19. Und wird gelocked. Weil ich glaube, dadurch steigert sich die Bedrohung hier. Das Arc-Wohnen. Die Arc-Wohnen-Bedrohung, dass... Agenten auf Our Island kommen. So, do your thing hier, bitte. Achso, die müssen ja erstmal auf den Transport warten, die Armen. Da kommen sie aber angerannt. Zack, zack. Das sind die ersten beiden. Die anderen sind für den Bankraub da. Geht los, Hubschrauber. Sehr schön. Ja, ich habe halt ein bisschen großzügig gebaut. Deswegen war das Geld am Anfang knapp. Aber ihr seht, es steigt jetzt stetig. Also geht klar. So. Okay, wir brauchen nur einen. Ich glaube. Oder ist das irgendwie Buggy gerade? Nee, da kommt er. Gucken wir uns mal an. Ganz in Ruhe. Wer kommt da? Oh, so ein schöner Page. Ja, nice. Wäre gut. New optional objective. Was haben wir denn da? Schließe Forschungprojekt ab. Das ist immer noch das gleiche. Gründe weitere kriminelle Netzwerke. Haben wir schon drei jetzt. Verhöre einen Agenten. Haben wir. Machen wir gleich jedenfalls. Ja, ich schließe fünf Pläne ab. Haben wir auch bald. Und Erkundung einer beliebigen Region. Na gut. Warten wir erstmal, bis der eingeliefert wird. Hier der Typ. Hier sind schon Touristen. Ach du heilige. Ich muss aufpassen. Ich muss wirklich aufpassen. So. Das hier nicht auf einmal ein... Weil die können sich auch tarnen, die Spice. Und ich weiß nicht, wie gut die darin sind, Leute auszuspülen. Meine Wachen. Ich muss das jetzt selbst alles noch kennenlernen. Sind ja erst in der dritten Folge, meine Freunde. Falls ihr die erst nicht verpasst habt, findet ihr sie in der Playlist. Die in der Videobeschreibung verlinkt es. So, dann mach mal. Verhört den Arm. Ich sitz wieder die Lampe vor dem Kopf und so. Oh, unsere Goldkammer ist voll. Wartet mal. Wenn unsere Goldkammer ist voll, dann ist alles wunderschön. Toll. Wartet, dann können wir ein bisschen was machen hier. Tarnfirma. Was ist denn hier? Gegenstände, Casinotür, Roulette-Tisch. Oder kann ich hier irgendwie... Nee. Ich will das nicht verkaufen. Editieren. Wann kann ich das alles aufmachen, frage ich mich. Naja. Versammelnde Kisten. Wir werden schon rausfinden. Das wird bestimmt die Quest noch... Ah, okay. Er hat uns seine Geheimnisse gegeben. Ich würde das verbrannt. Noch schön, wie das die Porte in den Leichensäcken verbrannt ist. Ah, okay. Oh, das zeigt mir doch eng, aber das schaffen wir noch. Wir haben ein neues Item, und zwar den Diener-Trainer. Okay, der braucht aber ganz schön Platz, ey. Bauen wir erstmal so aus, das müsste reichen. Und den Diener-Trainer... Knallen wir hier so an der Wand. Brem. Alles bestätigen. Ivan. Komm mal hier. Wir machen mal den Eingang. Das finde ich irgendwie... Der hält das schon aus gegen ein, zwei... Agenten, der schlückslichen Super-Hyper-Typ. Boah, wir haben mittlerweile echt viele Minions. Krass. Und viel zu viel Geld. Wartet mal, ich wollte noch hier... Äh... Choppity-Boo. Tür for you. So. Bestätigen. Und wartet mal, da war noch mehr. Ähm... Was denn hier neu ist nix? Klimaanlage. Trinkwasserbrunnen. Für den Knast. Leu. Ja komm, stellen wir den hier an der Ecke. Wir haben gerade so viel Geld. Äh... Was haben wir denn für einen Flur noch so? Dekor. Netzwerkmonitor. Dann können wir auch mal so ein... Trinkwasserbrunnen am Eingang machen. Da sind die Happy. Vielleicht auch einen hier rein. Oh, ich hoffe der Gang ist hier überhaupt breit genug, ne? Kann sein, dass ich da schon ziemlich viel mit versaut hab. Sollte schon immer drei mindestens... Oder vier eigentlich für Türen. Bisschen dumm. Bin ich manchmal. Los, Leute. Bringt den Diener-Trainer. Zack, geht die, zack. Die kaputte Toilette ist halt Ehre, ne? Super gut. Komm, wir hauen hier eine hin. Umsonst. Research has been posed. Super. Oh. Ich hab vergessen zu bestätigen. Also die Toilette. So, wo bleibt er hier? Los. Da kommt er, glaube ich. Hoffe ich für ihn. Sonst muss er eliminiert werden. Ja. Also gut gemacht, Scherge. Research has resumed. Okay. So, wie viele wollen wir denn? Request the amount of this specialist you want in your lair. Your minions will always try to keep to this number. Your workers will start to train automatically. They'll learn faster if another minion is able to teach them. Sagt er mir gar nicht, ne? Samtkosten pro Tag. Boah, machen wir erst mal zwei. Alter, die sind ja richtig teuer. Ja, auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich entdecken, wie das Casino funktioniert. Die haben wir noch ein bisschen ausgebaut. Ich hab festgestellt, dass ich Mist gebaut hab. Aber das kann man noch, uh, kann man noch abändern. Und da kommt noch eine Forschung zum Ende der Folge. Was machen wir? Hm, it's very schwer. Vor allem, ja, ne? Ich wär hier theoretisch eigentlich für die Falle. Let's mal go. Alles klar. Ich hoffe, du hattest Spaß bei der Folge und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bleibt so toll, wie ihr seid. Und noch ein ultra-böses Muuuuhahaha für euch da draußen. Bleibt so toll, wie ihr seid. Hab ich schon gesagt. Aber ist egal. Ich bin Dr. Evil. Ich darf das. Haut rein. Euer Brille. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.